Zur Türkei, zu allem Asyl. Auch Sprung mit der höchsten Spiegel ist gleich 6 für den ersten Sprung für Parlem Brasil. Und wir sehen grüßlich zwischen dem Wasser. Und das bringt aber auch ordentlich Punkte, wie man sieht. Momentan Drittplatz hier an der Lücke 14, 583 für Adem Asyl. Wir schauen auf die Ukraine zu Nazar. Wir schauen auf die Werte für den ersten Sprung mit den enormen Kräften 14, 4, 0, 0 für die Ukraine. Und damit gleich grüßlich zwischen dem Wasser. Applaus Ich kaponiere die Wertung an mit 14, 6, 0, 0. Nach der ersten Halbzeit bei diesen Disziplinen. Vielen Dank. Das war die erste Halbzeit. Das war die erste Halbzeit. Ich war jetzt mit der Anfassung. Das war die erste Halbzeit. Ich habe das mit den ersten Halbzeit. Wir haben auch die Verte. Da haben wir nicht so viel verstanden. Und wir haben auch die beiden Stimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Siegerehrung beim 45. Turinermeister Fokus für den Sprung. Die Turinermeister Award Ceremony for the World Competition. Der dritte Platz und damit die Bronze Medaille geht an Adem Asil aus der Türkei. Der dritte Platz, winner of the Bronze Model Model, Adem Asil. Und damit die Silber Medaille geht an Nasa Chapounier aus der Ukraine. Der dritte Platz, winner of the Silver Medal. Nasa, die Gold Medaille geht an Arthur Dafyan aus Armenien. Champion, winner of the Gold Medal, Arthur Dafyan von Armenien. FIG, the medals are presented by Mario Fukuya, Technical Delegate of the FIG. Und jetzt wieder zu Ihnen, zur Hymne des Südlandes. Dankeschön, thank you very much. You can take off your mark for the focus. Give us a great big smile. Und Ihr Applaus nochmal für Adem Asil, Nasa, Chapouni und Arthur Dafyan. Die drei besten in Sprung beim 45. Turinermeister im Konkurs. Das ist heute.